hey freunde heute im test ist die clown von classic dran wir haben hier eine 49 schussbatterie in kaliber 20 mm sie hat eine im von drei fast 400 gramm 392 und wird auch so genannt ich kann es nicht aussprechen was habe ich preislich bezahlt preislich bezahlt 18 euro und ich würde mal sagen ich kenne die batterie nicht ihr kennt sie nicht und deswegen gehen wir mal aus zur zündung bis gleich so freunde wir machen jetzt hier die clown für euch habe ich ja schon vorgestellt und schauen wir uns mal an 49 schuss 20 mm so Untertitelung des ZDF, 2020 Also für 20 mm waren die Blinker echt geil. Muss man mal sagen.